Das Hotel Sheraton Stockholm liegt in Stockholm in Mittelschweden. Das Hotel Sheraton Stockholm ist sehr beliebt unter den Gästen. 95% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 119 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,6 von 6 Sonnen vergeben. Service Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,2 von 6 Sonnen. Zimmer Sauberkeit Häufiger Wäschewechsel Gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,1 von 6 Sonnen. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,1 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.